Servus, Mosche, heute schick ich euch mal einen Gruß mit dem Hase Äppler, nicht mit dem Dippchen Kaffee. Ich hab nämlich die Krippe. Ach, hämme doch auf, alles tut mir weh, die Aare krieg ich kaum auf, die Nas trifft, der Kopf hämme, ach, geh bloß fott. Vielleicht habe eins von euch das ja auch gerade. Dann trinkst du auf jeden Fall viel, am besten Tee, aber ruhig zwischendurch auch mal einen Hase Äppler und ganz gute Besserung. Für euch anderen haltet die Stellung, für uns alle natürlich. Ja, und lasst euch vielleicht noch Grippenschutz impfen. Klar, das kann nicht alles abschmettern, aber ein bisschen was und eigentlich ist schon. Wenn ich wieder fit bin, geh ich auch gleich hin und lass mich nochmal impfen. Jetzt kommen bald die Weihnachtsmärkte und da will ich ja auf den Park gehen, auf jeden Fall. Die Hesse Schau hat schon letzte Woche die Daten von ein paar getwittert und in Facebook gestellt. Das war cool, danke. Na ja, jetzt muss ich mich wieder hierlegen, mir geht es echt nicht gut. Ihr wisst ja, passt gut auf euch. Ja, die Polizei kann nicht überall sein, gleichzeitig in der heftigen Zeit im Moment. Trotzdem, danke an die Mädels und Jungs von der Polizei. Und wir vergessen natürlich auch nicht unser Fußballer. Adlerbube, wir sind da, weiter nach vorn geht's. Und euch, Bube vom FSV, wir sind auch immer dabei. Also, Kopf hoch und weiter geht's. Und hier kommt jetzt wieder ein klare, ein ganz klare Witz für die Woche. Geht zwei Blöde auf den Gast, sech der eine zum anderen. Rutsche mal ein Stückchen, ich will auch mal nicht mit. Also, bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschö.